Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme-Session im Nazi-verseuchten Amerika bei Let's Shoot Wolfenstein 2. Oh Gott, es werden hier kommen direkt wieder Sachen zu lesen. Könnt ihr euch gerne durchlesen, ich hab gerade keine Lust. Das umfasst viele mathematische Gleichungen, also kann es... ...ja... ...moment... ...ja... ...ja, diese Enigma-Maschine würde ich auch mal gerne ausprobieren. Weil, weil wir haben noch, äh, hallo Senna, wir haben noch ziemlich viele von diesen Codes, die wir dischiffrieren können. Allerdings habe ich keinerlei Ahnung, wo diese Scheiße sein soll. Hm... ...ok... ...ja, ja, ja, musst du. Wir gehen nach Manhattan. Ja, Ort auswählen. Okay, Hammerfaust, na gut, okay. Also, wir sind auf der Hammerfaust, können nach Manhattan. Dann würde ich sagen, auf nach Manhattan. Ah ja, Kurs festlegen für Atombunker-Bezirk. Ja. Ja. Und jetzt riecht. Ja. Na gut. Ja. Und jetzt riecht. Ja Ja. 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 Schnell, Blazkowitsch. Die Strahlung da unten ist hoch. Ja, Moment. Was? Nee, Moment. Erinnerungen. Was ist denn Erinnerung? Ach, stimmt. Genau. Moment. Hä? Waffen. Haben wir eine neue Waffe? Ach so, wahrscheinlich dieses Hammergewehr, ne? Ja, die Strahlung. Nee, 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 nee. Okay. Ja, ja, ja. So, runter. Oh. Ja, toll. Das hat ja wieder wunderbar geklappt. Ach, scheiße. Ja, egal. So ist das nun mal. Kann man auch nichts für jetzt. Finden Sie einen Weg in den Atombunker, bevor die Strahlung Sie, nun ja, umbringt. Ja, ist noch alles im Rahmen hier. Mir ist noch kein dritter Rahmen gewachsen. Vielleicht liegt hier irgendwo eine Powerrüstung oder so, dann... Okay, schlechter Fallout wird's, tut mir leid. Geh rein. Oh. Ach, toll. Scheiße. Oh, Moment. Die Deckung ist hier nicht so. Okay. Kann ich jetzt noch schleichen? Sieht so aus, oder? Ach, scheiß drauf. Okay. Das einzige Problem ist... Oh, okay. Das einzige Problem ist tatsächlich, dass ich nicht mehr weiß... Ey, guck mal, mir fällt auch gerade auf. Wir haben jetzt durch den neuen Körper 200 Leben, können aber auch nicht mehr, da wir den Anzug nicht mehr haben, über 200... über 200 Dingens bekommen. Okay, wir kriegen durchgehend Schaden. Darum liegt hier wahrscheinlich auch zu viel Health rum. Äh, betritt den Atombunker. Oh, guck mal, hier kann ich meine Drohne reinschicken. Kann ein bisschen ausspionieren. Äh, hier lang, oder was? Aber Moment, ist das gelb? Kann das sein, dass das hier dieser... Nee, oder? Nee. Äh, ja, gute Frage. Nächste Frage. Guck mal da. Ach ja. Ich bin groß. Aber das geht wahrscheinlich nicht, oder? Wow. Ach, stimmt, das können wir jetzt auch einsetzen. Äh, Moment. Ich bräuchte mal so eine Taschenlampe oder so, das wäre ganz geil. Wo muss ich denn lang? Ja, ja, ich muss schon da lang. Das habe ich verstanden. Mal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Nö. Warte mal. Aha. Da hat sich der Schockhammer... Nee, Moment, wie heißt denn das Ding? Das Ding hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Regime hat die gestorbenen Daten in der Kommandozentrale. Ja. Sie müssen irgendwie da rein. Ich denke, ich drücke den roten Knopf. Okay. Werden einmal gewaschen. Einmal gesäubert. Ja. Und den anderen. Aha. Und da bin ich auch schon im Atomenbunker. Eine Karte. Okay. Okay. Wir versuchen es mal wieder. Moment. Ich gucke übrigens gerade Punisher auf Netflix. Kann ich jedem empfehlen. Das ist eine ziemlich coole Serie. John Berntal. Auch cooler Schauspieler. Wollte ich jetzt einfach... Hat zwar überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Aber ich wollte es mal gesagt haben. Da wir jetzt geil sind. Und das hier haben. Wie geht das? Guck mal, da haben sich die Dinger schon gelohnt. Was hältst du davon, Benno? Benno, halt's Maul. Ihnen juckt das gar nicht. Wow. Oh, schade. Das wäre jetzt halt natürlich Premium, ne? Ja, ja. Wow. Ha, kann ich auch. Oh. Aha, der. Hihihihi. Okay. Warte. Nein, ich wollte das da. Jawohl, Junge. Müssen wir noch ein paar Umgebungskills sammeln. Oh, was ist das denn? Diesel. Ach, das ist hier die Dingens. Ja. Ähm. Naja, gut. Nicht schleichend. Oh, das... Das ist geil. Sowas ist immer ziemlich fett. Na gut. Na, vielleicht nicht ganz schleichend. Aber komm. Ja, ich weiß, Bro. Ein bisschen ist auch gar nichts. Aber trotzdem. Äh. Okay, hier ist ein Beil. Nimm das... Ach. Ich wünsche, ich könnte mehr Beile mitnehmen. Mehr Beile... Wow, wow, wow. Ha, ha, ha. Kein Problem für mich. Tja. Ganz schön scheiße, wa? Hallo. Ach, muss ich auf die andere Seite? Hui. Und nach wie vor. Kein Problem für mich. Wie gesagt. Ähm. Ich würde gerne mal neben dem die ausrüsten. Helme nehmen wir mit. Dann haben wir full... Oh, warte. Jawohl. Warte. Da oben liegen keine Granaten mehr. Dann halt nicht. Oh, Signal entdeckt. Jetzt brauche ich doch wieder die Pistole. Sniper. Oder so ähnlich. Ah, der ist unter mir. Weißt du, an sich ist das ja tatsächlich ein Schleichspiel irgendwo. Aber ich finde, dafür fehlt dem Spiel halt diese Anzeige. Also, dass man vielleicht nicht unmittelbar, sobald man irgendwie da, ne, erkannt wird. Oh, jetzt muss ich grad gucken. Okay. War mir nicht ganz sicher, ob der instant stirbt, aber doch. Ja, jetzt muss ich gucken. Ja, hier irgendwo muss der sein. Ja, der ist direkt unter mir. Tja, jetzt schläft New York ziemlich viel. Ja, das würde ich auch denken. Wo sind die denn jetzt? Wow. Das Vaterland. Und ich würde ihn jetzt gerne mal töten. Aha. Okay, da muss ich irgendwo eine Treppe runterfinden. Aber ich finde nur Treppen nach oben. Moment, vielleicht... Äh, wo ist der denn? Warte. Auch jetzt, fuck it, komm. Ne, da komm ich komplett zurück. Scheiße. Scheiße. Ho, ho, ho. So, schnelle Commandantenkill. Ss. Okay. WTF? Was ist das denn? Achso. Ähm. Ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt schon ein bisschen her. Ey. Ah, kein Problem. Seit ich das letzte Mal gespielt habe, ich weiß tatsächlich nicht gerade, was unsere Aufgabe ist. Ähm, gestern kam keine Folge, weil ich mit meinem Barthagam zum Tierarzt musste. Ähm, beziehungsweise Samstag zum Tierarzt musste und Montag aber nochmal musste für eine Kotprobe. Und heute ist Dienstag, heute nehme ich wieder auf. So, rechten Hebel. Ja. Gibt es denn auch einen linken oder... Nein. Rechten Hebel wird tätigen. Achso. Okay. Die Frage ist, jetzt ist das weiter unten. Äh, nee. Oh. Okay, gut zu wissen. Ja, nee. Das will ich doch gar nicht. Ähm, ich muss wieder da oben hin. Aha. Bestimmt hier lang, oder? Ja. Lesen halten. Das lesen wir jetzt einfach mal. Carlas Postkarte, Mensch. Die Deutschen, Alter. Die schreiben ganz schön viele Postkarten. Albert, ich bin jetzt seit einem Monatier und kann mit Bestimmtheit sagen, dass Providence in der Tat eine höchst sonderbare Stadt ist. Seit der jüngsten Verbrechenswelle, die über die Stadt hereinbrach, ist es nachts auf den Straßen nicht mehr sicher. Bei meinen Gesprächen mit den Einwohnern habe ich Gerüchte über mutierte und verwilderte Personen gehört, die möglicherweise durch den radioaktiven Niederschlag in New York vergiftet wurden. Ich bleibe erstmal in meinem, in einem heruntergekommenen Motor. Der Eigentümer spricht kaum ein Wort mit mir. Er sieht für mich nur, er sieht mich nur aus den leblosen Wirken. Oh mein Gott. Ich habe das Haus meines Vorfahren, Johann Kurven, in der Vorstadt ausfindig gemacht. Die Leute meiden es. Sie sagen, es sei verflucht und ich solle auf gar keinen Fall dorthin gehen. Da muss ich sie allerdings enttäuschen. Ich werde morgen gleich als erstes zu dem alten Haus gehen. Hoffentlich finde ich dort was. Mit besten Grüßen, Carla Dietrich Walz. Hey. Ja, dann ist sie gestorben. Ja, Geisterhäuser. Okay. Ich finde die Kommandozentrale. Ja, da, das machen wir. Boah, ich fiss. Boah, da habe ich mich verjagt. Höh, was? Wie zum Fick? Alter. Oha, wie viel... Ja. Wir, Lesko, wir müssen laufen. Wir brauchen auch Rüstung. Aber fuck jetzt. Boah, ich habe aber keinen Bock, den ganzen Weg da zurück zu gehen. Leider. Moment. Scheiße. Weil ich würde mich gerne da reinsetzen und fahren. Moment. Ja. Ja. Das ist gut. Ähm. Ist da oben was? Nein. Nein. Okay. Äh. Ja. 15? 15 war es. Nicht verfügbar. Also, die liegen da ja sowas von... Na gut. Achtung. Ich glaube, wir müssen irgendwo... Alter. Ich habe keine Lust, gegen einen Boss zu kämpfen. Moment. Was? Oh. Was? 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 Äh. Was? Ich habe das für eine Sekunde lang gesehen. Oh nein. Bleib weg. Hihi. Ist einfach ein scheiß Hund. Fuck, warte mal. Denkt ihr, die Schrotflinte ist krasser gegen den? Äh. Moment. Wow. Okay. Ich habe meine Antwort. Aber der wäre eh gestorben. Der hat sich ja richtig eingeklemmt. Ähm. Die Hand wieder auswählen. Und ich hätte gern das. Ne, hier kamen wir ja her. Das ist falsch. Da war der Kettenhund. Hier ist noch eine Möglichkeit. Guck mal, das sieht besser aus. Aha. Moment. Ja. Wie Limit erreicht ich jetzt? Wo habe ich die? Ach, durch den Hund. Deutschland. Ja, auch das brauche ich jetzt leider nicht mehr. Ich hoffe, es geht euch gut. Jeder, der dieses Video seht. Ihr hattet ein haulsames Wochenende. Guck mal, da kommt direkt der amerikanische Akzent durch. Und ich sage das jetzt ganz sicher nicht nur, weil ich einfach, äh, übertäuschen möchte, dass ich hier gerade keine Ahnung habe, wo ich hier bin. Wow. Okay, warte. Hier war ich noch nicht. Doch, hier war ich. Dann war ich hier noch nicht. Nein. Scheiße. Ähm. Aha. Doch, wir müssen aber... Warte. Ja, wir müssen... Hä, aber Moment mal. Hier können wir ja jetzt nur... Hä? Wir können hier nur hin, wenn wir diese Beine haben. Aber nur ich habe diese Beine. Also, andere meinetwegen auch noch. Aber ihr wisst, was ich meine. Das sieht sehr gefährlich aus. Bleiben wir weg davon. Oh nein. Das gefällt mir nicht. Ich finde die Kommandoszentrale. Ja. Bin ich bei. Ja, da müssen wir jetzt nur gucken, dass wir hier noch irgendwie unbeschadet rauskommen. Finde die New Orleans Unterlagen. Okay. Sag mal, sind hier auch noch irgendwelche? Hä? Er ist weg. Er ist verschwunden. Ach, kacke. Scheiße. Ja, das ist blöd gelaufen. Ich bin immer noch dabei. Wenn die wollen, dass man das wirklich schleichend spielt, dann braucht man so einen Balken, mit dem man halt registriert, dass man gesehen wird oder so. Weil, wenn die einen sehen, ich meine, naja, dann ist es zu spät. Dann haben sie einen halt gesehen. Hallo. Hallo. Oh. Nein. Ja, komm her. Ei, 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 ei. Ja, wo seid ihr denn? Aha. Hö. Bleib mal ruhig. Ja, dann komm doch her. Hinter mir. Moment. 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 Jetzt. Okay. Das sah gut aus. Äh, lesen halten. Ja, erstmal, der Bestrafer, die Friedensbringerbombe. Berlin, 21. Juli 1961. Gestern wurde im Rahmen einer Zeremonie in Washington ein Denkmal zu hören, das Bestrafers enthüllt. Das ist übrigens die Atombombe. Achso, da steht ja auch die Friedensbringerbombe. Bei der General Irene Egel, aha, dieses General, eine großartige im Fernsehen übertragene Rede an alle Bewohner der amerikanischen Gebiete hielt. Beim Bestrafer handelt es sich um die Atombombe, die das aufwieglerische Manhattan zerstörte und gemäß des Plans unseres geliebten Kanzlers der Welt den Frieden brachte. Das man, also sowas weiß man doch. Das war der Moment, als jeder verstand, wozu germanische Ingenieurskunst fähig ist. Das war der unwiderlegbare Beweis, dass der Germanen Bestimmung ist über die Erde und das Universum zu... Das Universum. Der einzige Weg zum Frieden führt durch den Krieg, erklärte unser geliebter Kanzler in seiner geschäftsträchtigen Rede nach der bedingungslosen Kapitulation der USA. Nun, dass sich unser Blick gegen den Himmel richtet, denkt dran, dass Stärke Liebe ist. Ein verehntes Volk, stärkste Kraft, die es hier gab, mit Liebe, bla 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 bla. Was ich mich frage ist, heißen die denn hier auch Deutschen? Also, ohne Scheiß jetzt mal. Weil ich rede immer nur die Germanen. Hey! Bö, wie komisch ist der denn mit so gestorben? Ja, dann komm her. Daneben. Oh, guck mal. Komm mal her, guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Er ist richtig müde. Und er, äh... Ja, er ist tot. Auf jeden Fall. Aber er... Er denkt sich so, fuck, was habe ich getan? Ganz schön lustig. So. Was ist jetzt los? Oh, Lesen halten. Moment. Jürgen... Schon wieder eine Postkarte. Jürgens Postkarte. Klaus, wie lebt es sich in Manhattan? Hast du schon ein paar neue Arme? Was? Spaß beiseite. Du musst in die westlichen Territorien kommen. Ich bin mir sicher, dass es dir hier sehr gefallen wird. So viele Möglichkeiten, ein vollkommen neues Leben anzufangen. Und Caroline zu vergessen. Ich habe diese Post gerade auf dem Weg nach Los Angeles gekauft. Dort arbeite ich im Mediengebäude, wo ich die Produktion der Jimmy Carver schrubbeaufsichtige. Vielleicht hast du schon davon gehört. Wenn mein Transfer durchkommt, wollen Magda und ich eine Ranch kaufen. Vielleicht auch ein paar Kühe. Wie in den alten Stummfilmen. Aber wir müssen erst noch Albers Papiere aus Gesundheitsministerium schicken. Es dürfen nur Paare mit gesunden Babys eine Ranch kaufen. Es muss noch untersucht werden. Der Junge wächst so unglaublich schnell. Er kommt mir so vor, als sei es erst gestern gewesen, dass Magda ihm neue Sachen gekauft hat. Und nun passen sie ihm schon nicht mehr. Er ist einfach so süß. Ich vermisse dich, alter Freund. Jürgen. Ja, der Jürgen, der will den Klaus wiedersehen. Kann man ja auch verstehen. Guten Freunden gibt man ein Küsschen. Ja. Wow. Hallo? Hä, wo denn? Dann nicht. Das hier ist noch irgendwas Interessantes. Sag mal, kann es sein, dass wir hier Strahlungsschaden bekommen? Lesen, halten. Kommandant Achterbergs E-Post. Sind die verrückt? Ich stimme zu, Hummler. Wir finden noch immer Leichen unter der Erde, die wir entsorgen müssen. Die Strahlungswerte erreichen nirgendwo das nominale Niveau. Ich bin gestern durch toxischen Schlamm gewartet. Manhattan ist nicht meinem Ansatz bereit für einen Wiederaufbau. Geben sie uns realistische Ziele um Himmels Willen, Achterberg. Okay. Ähm. Was? Warte, 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 warte mal. Warte doch mal. Ich muss hier, ich habe was Cooles gefunden. Maschinenkommandant Klingers Notiz. Erstens, was ist das Ziel? Der Generalstab will New York, guck mal das, das ist doch jetzt schon mal schön, weil das ist interessant. Der Generalstab will New York als eine glorreiche Stadt wieder aufbauen, als Hauptstadt an der Ostküste der amerikanischen Gebiete. Sie wäre der absolute Höhepunkt germanischer Technologie und Handwerkskunst. Okay. Das ist zu tun. Toxische Abfälle beseitigen. Entfernung der Radioaktivität aus dem Großraum New York. Beseitigung aller terroristischen Bedrohungen im Stadtgebiet. Bau neuer Gebäude aus Superbeton. In der Stadt soll das höchste Gebäude der Welt stehen. Dazu muss noch weitere Da-Art-Chute-Technologie erforscht werden. Ich glaube, dass das ein ziemlich elementares Teil des Spielwirts. Diese Technologie liest sich so ein bisschen wie in Assassin's Creed die Technologie der Ersten Zivilisation. Werbung Stigma der SCT of a Million Ghosts. Entfernen. Alle Medienkanäle positive Artikel veröffentlicht lassen. Möglicher Zeitraum. Frühling 67 bis zum vollständigen Wiederaufbau. Zeitraum mit dem Chef besprechen. Für Einhaltung des Zeitplans ist die Unterstützung durch Gefangener fahrerlich. Entbehrliche Arbeiter können mit der Entfernung des toxischen Mülls beauftragt werden. Sonstiges. Mögliche Schlagworte. Die Stadt der Hoffnung oder der große Apfelstuhl. Alle lachten, als Hermannsdorf diesen Vorschlag machte. Treffen beendet. Okay. So, Moment jetzt mal ganz kurz. Ich habe hier tatsächlich mal so eben. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Oh, scheiße. Ja, ich wollte das jetzt gerade damit machen. Hm, schade. Okay, nochmal. Mir fällt gerade auf, der Part ist jetzt gleich zu Ende. Wir hatten, glaube ich, keine einzige richtige. Warte, Moment, 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 Moment. Ah, da kommen sie schon wieder wie die Ratten gelaufen. Haben wir die jetzt noch? Ja. Ähm, wir hatten keine einzige richtige Zwischensequenz. Ich möchte darauf gerade mal ein Chapeau. Äh, wir laufen jetzt trotzdem mal kurz schon hier hin. Ne, Moment. So, lesen, halten haben wir. Oh, warte mal. Nein, nein, nein. Scheiße. Ja, entfernen das mal. Seid ihr in einem Stall aufgewachsen? Die Strahlung kommt doch rein. Boah. Ich brauche auch ein Atemgerät. Ohne Scheiß. Boah, auch eins. Ähm, wo lang muss ich? Aha, okay. Weg damit. Mal kurz Waffen auffüllen. Health. Okay. Oh, ja, Moment. Okay, gut, dann würde ich sagen, äh, Hubschrauber, Landeplatz. Äh, was ist die nächste Mission? Die nächste Mission ist, besorge dir eine Atemgerät. Okay, genau das, was ich gerade gesagt habe. Gut, dann würde ich sagen, provisorischer Blick zu Facecam. Wir sehen uns das nächste Mal, also morgen, ähm, bei einer neuen Folge Let's Play Wolfenstein 2. Haut da rein. I am Jay. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.